Wir haben uns lange nicht gemeldet. Es tut uns auch wirklich leid. Es hat aber auch einen Grund. Es ist nicht so, dass wir das extra gemacht haben. Wir waren hier voll mit dem Saufen eingespannt. Wir waren noch kein Skifahren, aber das macht man ja auch nicht. Morgen haben wir einen Skikurs, hier mit Bob Marley und so. Drei Stunden sitzen wir auf irgendeinem Scheiß. Mittlerweile haben wir keine Ahnung wie viel Uhr, wir sind kernbreit und waren noch nicht einmal auf. Aber wir haben einen Plan. Plan eins ist Handschuhe verkaufen. Da habe ich auch ein paar. Plan zwei ist, wir haben immer noch zu saufen. Plan drei ist, wir haben morgen einen Skikurs mit Toni Seiler. Und mit Helene Fischer. Die kommt vom Flitten. Ich bin schon ratisch. Alter, aber trotzdem. Wir dürfen es nicht vergessen. Warum drehst du das denn eigentlich mal auf? Nein, du kannst doch unten mehr drehen. Wie hat die das jetzt denn gemacht? Nein, dann können wir uns sehen, wie scheiße wir es haben. Nein, nicht, dass wir die auf den Kopf kriegen. So, Olli. Jetzt hast du das selbe wieder. Das hat ja super geklappt. Alles Gute zum Geburtstag. Alles, alles, alles Gute. Du alte Wix-Vorlage. Ich bin anders. Vielen Dank. Vielen Dank.